Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin heute mal nicht alleine, wie ihr sehen könnt. Im letzten Video habe ich das ein bisschen angekündigt, wenn es klappt, kriege ich Besuch und dann werdet ihr ein Folgevideo sehen, wo ich nicht alleine sein werde. Das wisst ihr nämlich noch nicht. Bei mir habe ich Greta und Paul aus Hamburg, ne? Ja, genau. Oder nee, Hamburg, aus Hamburg. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gebracht. Wir wissen alle, wie es gerade um unsere Erde steht. Die Politik handelt zu langsam, als Einzelne können wir kaum etwas erreichen. Aber was, wenn wir gemeinsam anpacken? Ahoi in der Überseelwerkstelle. Bei uns dreht sich alles um Permakultur, Nachhaltigkeit, Upcycling, Hühner und alternative Lebensform im urbanen Raum. Hier wollen wir inspirieren, anregen, aktiv zu werden und auch die Hard Facts sollen nicht zu kurz kommen. Lasst uns gemeinsam die Welt gestalten. Grün, bunt und lebenswert für alle. Die haben mich vor ein paar Wochen angeschrieben und mal gefragt, ob sie mich besuchen kommen können. Ihr seid hier auf der Ecke. Und heute hat das geklappt. Jetzt sitzen sie bei mir, haben auch gerade schon ein Video gedreht, haben einen Gartenrundgang gemacht, wie ihr das eigentlich von mir auch schon kennt. Irgendwie so ein Gespräch einmal rumgegangen, was wo irgendwie wächst. Und ja, wie wir das hier so angehen. Ja, und jetzt sitzen wir, haben uns gerade Gedanken gemacht, was wir irgendwie noch zusammen machen könnten, was auf meinen Kanal kommen könnte. Und mir sind da gerade in der Zeit einige Fragen in den Kopf gekommen. Einige habe ich schon ausgesprochen. Und dann dachte ich mir, das packen wir in ein Video irgendwie. Und wir haben jetzt eine ganz große Frage zu klären in diesem Video, bevor wir dazu kommen. Also ihr seid Hamburger und habt einen eigenen Garten, der auch so Natur, Permakultur, so die Richtung. Aber der Überbegriff ist ja so Klimagarten, habe ich heute rausgehört, richtig? Ja. Und also in die Ecke wollen wir auch gleich gehen. Aber was hat euch denn da so in die Richtung geführt? Also ihr kommt ja irgendwo von eurer Berufung her. Bei dir ja so mit Kamera, habe ich mitgekriegt. Und erzählt doch einfach mal. Angefangen mit dem Kanal haben wir, als Corona losging, und wir hatten irgendwie, also wir haben damals in unserem Van gelebt und wir hatten immer irgendwie Bock, Videos zu produzieren, weil wir beide irgendwie aus der Content-Creator-Filmemacher-Ecke beruflich kommen und uns irgendwie Spaß gemacht hat. Irgendwas mit Medien. Genau, irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien. Und uns das mega Spaß gemacht hatte und damals bei Corona eh nichts ging. Und dann haben wir damals so ein bisschen, wie kann man das beschreiben, als wir die Übersee-Werkstatt gegründet haben, war das so die Idee, dass wir, eigentlich war die Idee, dass wir, dass wir so ein bisschen rauskommen, aus diesem Stadtleben und uns irgendwie so einen Seekontainer ausbauen. Und da so ein Kreativ-Atelier, wo wir irgendwie werkeln können, wo wir Content produzieren können, wo wir irgendwie kreativ sein können. Genau. Schön. So aus Scheiße, aus Schrott irgendwas bauen, aus Scheiße Goldwache, da fanden wir immer schön, irgendwie was machen und Leute dazu anregen, auch einfach mal die Sachen in die Hand zu nehmen und loszulegen. Gehst du dann auch so in die Sperrmüll-Gesellschaft? Große Sperrmüllliebe. Ja, da kann ich auch nicht dran vorbeigehen, ohne da mal rüber zu gucken, ob da irgendwas ist. Interessant ist ja immer, Rohstoff-Reutz, ne? Ja. Da kann man schon einiges ergattern. Was hast du erzählt hier, Lattenrost, in was habt ihr jetzt verbaut? Ja, Geo, also nee, nicht wir, aber das war dieses Stadtparkprojekt, ein Geo-Dormers-Lattenrost. Das betrifft jetzt gerade ein anderes Thema, da bin ich in die falsche Richtung gegangen. Das ist jetzt ein kleiner Insider-Gespräch, was wir gerade geführt haben, deswegen gehen wir wieder weg. Aber, ja, okay, und dann habt ihr einfach losgelegt und hattet einen Garten oder? Das Garten ist später dazu gekommen. Ah, okay. Genau, wir waren im Van unterwegs, also wir kamen eigentlich gerade von einer längeren Reise und ja, wir hatten uns dann aber gesagt, okay, wir bleiben in Hamburg mit unserem Van und ich weiß, es hat im Van dann angefangen, dass so der Frühling kam und wir uns so dachten, okay, wir wollen irgendwie Gemüse, also wir wollen so ein bisschen was anbauen und wir haben dann ehrlich so ein kleines Gewächshaus in unserem Van in die Frontscheibe gestellt, also so vorne aufs Armaturenbrett und haben so regrowing viel gemacht, so Lauch und Salate, die wachsen dann ja so nach. Das haben wir dann gemacht und... Habt ihr da Bilder von? Gibt es da Fotos? Bestimmt, von dem Lauch haben wir auf jeden Fall... Würdet ihr mir die zu sein, dann könnt ihr die her. Ja, das war schön. Und das, ja, das war voll schön und dann haben wir da schon so gemerkt, okay, irgendwie reizt uns das voll, so draußen zu sein und sich eigentlich, dass wir uns noch ein bisschen mehr mit dem ganzen Thema Garten und Nachhaltigkeit hat uns eh schon immer interessiert und zwar das ist eh schon immer wichtig, irgendwie möglichst so zu leben, dass wir der Welt nicht ganz so viel Schaden zufügen. Ja, ja, das ist auch so das, was mich bericht hat. Und dann haben wir, weil uns das halt so viel Spaß gemacht hat und die Tomaten natürlich immer nur so groß wurden und dann nicht mehr weitergewachsen sind in so einem Kleinen. Ich war das so? Ja, ja, im Van war das dann irgendwie, da war dann so die Grenze erreicht in der Größe. Aber trotzdem spannend. Ja. Das hast du gegeben. Und... Ja, voll. Ja, es ist eigentlich total geil. Es ist warm. Die Feuchtigkeit kannst du halt nicht halten. Also könntest du theoretisch, aber ist halt nicht cool, um dann im Van zu leben und das Auto generell. Ja, man will ja auch noch eine freie Sicht haben. Das war dann wahrscheinlich so die Grenze. Nee, und dann haben wir überlegt, ob wir irgendwann doch mal ein bisschen weiter rausfahren mit unserem Van und uns in ein Gartenprojekt anschließen oder irgendwie einen kleinen Schrebergarten pachten auch und da so ein bisschen weiterkommen. Aber dann ist deine Oma gestorben und hat ein Haus hinterlassen. Mit einem kleinen Garten am Rande von Hamburg, das ist eher so ein Bungalow. Und da war irgendwie so dieses Ding von, es soll abgerissen werden und dann verkauft werden und dann waren wir irgendwie, hey, es ist aber total schade drum. Dieser Garten und dieser Bungalow, da können wir doch was draus machen, wenigstens für zwei, drei Jahre. Das ist doch jetzt egal, ob das jetzt verkauft wird oder später, wollen wir uns dann nicht irgendwie einlisten. Und so sind wir in unseren Garten gekommen. Schön. Ja. Und was hat das mit euch gemacht, so sagt ihr bis jetzt? Habt ihr gemerkt, dass das das mit euch macht irgendwie? Ja, total. Also allein schon dieses Bewusstsein dafür, wie Pflanzen wachsen, wie die Natur funktioniert, wie die Kreisläufe sind. Ich finde, das ist so, das ist so was Schönes. Und man kann auch nicht aufhören, dazuzulernen und zu beobachten. Und man läuft jeden Tag durch den Garten und, oh, guck mal, hast du das schon gesehen? Hier ist das aufgegangen. Oder wow, woher kommt das? Und ich finde, das ist so jedes Mal so eine kleine Entdeckungsreise. Das kennt ihr irgendwoher. Ich finde, man entdeckt sich selber und auch so seine Rolle in dieser Welt und in dem Leben einfach nochmal ganz neu und anders. Und was für mich einfach voll wichtig ist, dass ich in dieser Zeit auch gemerkt habe, okay, dadurch, wie Sachen entstehen und wo sie herkommen, habe ich mir auch viel mehr Gedanken gemacht über Haupt, über so, ja, diesen ganzen Konsum und was man eigentlich macht. Und das waren dann so Sachen, haben wir auch angefangen, irgendwie Brote selber zu backen und so, weil man sich dann, weißt du, weil du so in alle Bereiche einkommst. Da sind sie schon weiter als ich. Ich baue noch nicht das Korn an. Da bin ich noch nicht. Das habe ich schon versucht, so ein Brotbacken kam es nicht, aber ich habe das Korn immer noch zu Hause. Eins könnte man da wahrscheinlich nicht da machen. Ja. Ja, aber schon spannend. Da seid ihr, glaube ich, auch ein Stück weiter. Ihr macht auch viel mit Microgreens und so, wenn ich irgendwas in Erinnerung habe, da mit Fensterbank zu Hause irgendwas war da. Du magst Sprossen sehr gerne und über die Reste freuen sich die Hühner immer sehr. Also hier ist eine große Sprossenliebe. Und es ist eben mega cool, sich seine Microgreens selber anzubauen, weil ihr halt wirklich, ihr habt das Glas, ihr habt das Saatgut, ihr kippt da Wasser drauf und es wächst bei euch. Es muss kein Gewächshaus dafür irgendwie beheizt werden oder irgendeine Fläche zum Anbau benötigt werden. Es gab sogar mal eine Studie, die halt sagt, dass Microgreens das Zukunftsfood sind, weil es weniger CO2 letztendlich braucht als das große Essen, sozusagen, wenn die Microgreens groß geworden sind. Ihr wisst schon. Ich weiß tatsächlich gar nicht, also wenn es dazu eine Studie gab, wird es irgendwie einen Hintergrund haben, aber ich finde das halt so unvorstellbar, weil man ja auch so viel Saatgut braucht. Ich meine, klar, ob ich jetzt ein ganzes Radieschen esse oder halt nur so ein kleines Stängelchen, was aus dem Radieschensamen rausgekommen ist, es ist schon ein Unterschied. Aber hey, es ist mega cool, es ist mega lecker und auf jeden Fall richtig gesund. Ja, aber das ist auch jetzt nicht so krass. Also ich glaube, da stellt man sich, dass dieser Name ist so ein bisschen… Ja, für mich persönlich sind solche Sachen schwierig in meinem Alltag. Ja. Also ich habe jetzt hier den Garten und mache schon viel in die richtige Richtung und mache das aber auch schon so kurz, dass ich merke, okay, um jetzt diese ganzen Sachen auch irgendwie einzumachen, sich über das Jahr zu bringen, das braucht Zeit, bis man reinwächst. Und wenn ich jetzt an zu Hause denke, wie oft ich mir vorgenommen habe, ich will jetzt Microgreens machen und so. Also übrigens eine richtig gute Sache, ich bin ein Freund von Ruhköstlichkeit, da kommt so eine Power der Natur durch. Ja, das habe ich aber nicht geschafft zu integrieren. Also wenn ich das zu Hause gemacht habe, dann habe ich irgendwann den Punkt erreicht, verdammt, er hat kein Wasser gekriegt oder und dann ist es schon zu spät, dann will er schon eher woanders hin als im Magen, um es mal milder auszudrücken. Aber das passiert uns auch ständig. Gerade bin ich ja glücklich. Da bin ich ja froh, dass ich nicht alleine bin. Nicht glücklich. Ich glaube, das ist so, das passiert oder auch, dass man Sachen einkocht und dann ist oben doch irgendwie, war es nicht richtig oder so und dann musst du irgendwie eine Portion Apfelmus. Oder dass man seine Auberginenpflanze drei Jahre lang züchtet, bis sie irgendwie so eine Größe erreicht hat und dann kommt keine Frucht dran und dann geht sie wieder ein. Ja, das passiert. Ja, spannend. Ja, es macht schon eine Menge so, wenn man dann irgendwie, ich hatte, oder habe ich das immer noch, bei mir zu Hause an der Haustür. Wer glücklich wird, wer selber macht. Das ist auch so ein Aspekt. Gerade so Sachen nicht immer kaufen und allein was da so an Achtsamkeit und Liebe reingeht. Und gerade wenn man sowas hat, wir hatten gerade auch noch ein Thema mit Stadtgärten. Wie es ist, wenn man irgendwie selber was schafft, hat man einen ganz anderen Bezug zu. Und es ist nicht ein Gegenstand, den man von A nach B räumt, wenn es ein Gegenstand ist, in irgendeiner Form, die man im Alltag nutzt oder so. Sondern es ist etwas, mit dem man gut umgeht, dass es möglichst lange hält. Ja. Es ist halt so eine andere Geschichte, die daraus wird. Und das betrifft ja irgendwie auch den Garten. Wenn man sowas aufbaut, das geht ja nicht von heute auf morgen, man wächst da rein. Schön. Was hatte ich denn vorhin noch für Fragen? Fällt euch noch was ein? Also der Hauptbegriff, wir können uns ja dem mal widmen. Ja. Was ist ein Klimagarten? Also erstmal vorweggeschoben, wir sind hier Privatpersonen, keine Fachleute und geben unsere Gedanken zu dem ganzen Preis. Ja. Dass wir uns hier nicht irgendwo in die Nesseln setzen. Sage ich das mal jetzt an. Und somit, ja, was ist für euch ein Klimagarten? Das ist ja so der Hauptbegriff im Moment so ein bisschen für das, was ihr da tut über YouTube. Über Seewerkstatt. Genau. Willst du ein bisschen was zum Klimagarten? Also wir haben letztes Jahr haben wir, also wir haben das Haus oder diesen Garten im Herbst 2020 übernommen und da haben wir so die ersten Beete mal angelegt. Also es war eine komplett wilde Wiese und da haben wir die ersten Beete angelegt. Und irgendwie Spinat und Felsalat und Radieschen. Das war alles total schön. Und dann dachten wir, okay, das war jetzt so Garten, wie ich das klassisch aus meiner Kindheit kenne. Ich bin da mit dem Dorf aufgewachsen und dann so war das halt. Und dann im nächsten Jahr, 21, haben wir halt gedacht, okay, jetzt widmen wir uns mal dem Thema Permakultur und haben irgendwie alles ausprobiert, was so geht. Mischkultur, Kreislaufwirtschaft und also so einfach mal querweg durchprobiert und erkundet. Und da ist uns aufgefallen, dass das ja Techniken sind und Mechanismen, die mega alt sind und sich die Welt aber heute total schnell verändert, klimatisch verändert. Und wir haben Bodensee auf einer Reise 2021 Kiwis gegessen haben. Die da gewachsen. Die da gewachsen sind. Wir haben ja Kiwi. Ja, wir sind doch in Deutschland. Und das war, das ist total krass, dass wir plötzlich Melonen anbauen können oder Auberginen anbauen können bei uns und Gurken riesig groß werden und eben nicht diese kleinen Feldwurken sind und Erdbeeren schon mega früh reif sind. Und es ist einfach eine Welt, die sich mega schnell verändert. Und da dachten wir, okay, vielleicht können wir die Aspekte der Permakultur benutzen und daraus lernen, aber weiter formen. Weiter formen in Richtung klimaangepasstes Gärtnern. Dann haben wir diesen Begriff klimaangepasstes Gärtnern gegoogelt und sind halt irgendwie immer wieder auf diesen Klimangarten gestoßen, was es noch gar nicht so richtig gibt. Aber es gibt so vereinzelt so ein paar Quellen. In Tübingen gibt es einen Klimagarten von der Uni und der NABU hat so ein bisschen was zum Klimagarten gemacht und da haben wir eben so versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren und kennenzulernen. Cool. Ja, also wie er selber auch sagt, es fällt letztendlich dann wieder unter die Permakultur. Also das möchte ich vielleicht, das schmeiße ich mal an dieser Stelle rein. Es ist ja ganz oft so, die Leute gucken so nach Gärten, also gerade so Gartenanfänger oder vielleicht auch jemand, der sich generell dann nochmal belesen will und so und dann beschäftigt er sich mit der Permakultur und dann landet das meiner Meinung nach zu sehr in der Gartenanbaustrategie-Ecke. Also wenn man Permakultur mal auseinanderfrieden will, ist es eine permanente Kultur. Und jetzt kann ich mal ein bisschen was weitergeben, was meinen Kanalnamen angeht. Da heißt ja Permaculture Mind, also der Geist der Permakultur. Und für mich persönlich ist das einfach mehr als das. Erstmal sind wir Menschen Teil des Ganzen und für mich ist das ein Leben im Einklang mit der Natur. Also noch drüber hinaus, also genau das, was ihr gerade, also was du gerade beschrieben hast. Also wenn ich das so sagen darf. Ja, total. Ja, schöne Richtung. Also im Endeffekt spielt es keine Rolle, wie man es nennt. Ja. Wichtig ist, dass wir, glaube ich, so mit der Natur leben, dass wir mehr zurückgeben, als wir nehmen. Das ist so meine Einstellung hier. Ja, und somit kann sich das nur potenzieren. Ich finde toll, was ihr macht. Also wirklich echt toll. Das, was ich da auch, was ich da so an Videos gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht hier von Anfang an verfolgt, aber die, die ich gesehen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Macht bloß weiter so. Also für mich sind das die jungen Helden von morgen. Definitiv. Als wären sie rot. Das war nicht abgesprochen. Siehst du? Guck mal. Ja. Aber es ist so. Ich bin froh, dass das immer mehr in die Richtung geht. Du hast noch gar nicht erzählt, welche Brickkont. Oder du hast es für sie mit erzählt. Ach so. Ja, ich kann aber noch mal kurz sagen. Genau. Ich habe eine Zeit lang im sozialen Bereich gearbeitet und habe da, glaube ich, einfach vor allem zwischenmenschlich vor für mich genommen. Und genau. Bin dann aber, weil ich schon immer gerne geschrieben habe. Also ich mochte das schon immer und ich habe auch gerne fotografiert. Ich habe noch jemanden, der meine Videotitel schreibt. Ah. Ja. Ja. Das verstehe ich. Würde ich auch immer gerne abgeben. Wie übrigens auch. Ihm Adresse habe ich. Ne, genau. Unter allem. Ja. Ja, aktuell verdiene ich so einen Teil meines Geldes oder den Teil meines Geldes mit Arbeiten in den Medien. Genau. Und machen immer mal Filme, machen eben diese YouTube-Videos. Habt ihr jetzt auch eine eigene Internetseite, wo ihr so, sag ich mal, Gartenblog-mäßig was macht? Oder geht das jetzt? Das verstehe ich jetzt gerade da drunter, wo du gerade... Ne, genau. Das mache ich für andere Leute da. Ach so. Sonst machen wir viel freie Projekte. Wir sind eben beide auch Filmemacher in und... Das macht Spaß, ne? Ich hab's ja auch in mir. Ja, das ist toll. Ich kann nicht ohne. Das tut mir gut. Ja. Und genau, das Herzstück ist gerade ein Dokumentarfilm, an dem wir jetzt schon sehr lange arbeiten zum Thema Klimakrise und die Generation, die das auch vor allem betrifft. Oder die Leute, die auch schon einfach mitwirken, um etwas dagegen zu tun. Weil ich glaube, das ist das, was uns ja auch alle... Das ist ja das Problem der Zeit. Und ich glaube, man kann da gar nicht genug drüber sprechen und was machen. Und ich meine, wir alle mit den Gärten machen ja schon auch total was, um Artenvielfalt und Artenstück zu betreiben. Es wird da auf jeden Fall immer mehr, ne? Also ich, äh, ich sag jetzt nicht, es läuft überall rund, aber so, äh, als ich hierher kam mit den Gärten, ich weiß nicht wie viele, neun waren frei oder so und über die Jahre, das wird immer voller. Jetzt ist die Nachfrage mit Liste da. Also es geht ja in die richtige Richtung. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Ja. Also ich sehe da auf jeden Fall ganz viel Gutes in der Entwicklung und auch schon vieles, was im Hier und Jetzt Gutes passiert. Also da gibt es so viele Projekte auf der ganzen Welt, die zeigen, wie es gehen kann. Selbst in der Wüste, deswegen kam ich vor und bei dem Leben auf, auf hier, Mulch. In der Wüste haben die, haben die da Lkw-weise Mulch an irgendwo und haben da Erde wieder aufgebaut. In der Wüste. Also es geht alles irgendwie. Äh, man muss nur den Weg finden. Also ich finde das super. Geht das echt schon 18 Minuten? Ja, wie die Zeit weggeht. Crazy. Wow. Ja, das war wohl irgendwie schon fast das Stichwort. Ähm, ja, ich finde es wunderbar, dass ihr hier seid und hierher gefunden habt. Und wir, äh, also aus meiner, von mir aus ist es eine schöne Stadt. Ich genieße das sehr. Ich fühle mich wirklich frei. Äh, bis Mittag sah es eigentlich nicht ganz so gut aus und bin froh, dass ich auch da so von mir aus dann klarkam nachher. Äh, bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr hier seid und dann hoffe ich, dass ihr, ja, uns mal wieder besucht. Vielleicht lernt ihr dann auch meinen Anhang kennen. Ich habe sie versucht, heute herzukriegen, hat nicht geklappt, äh, vom Timing her. Aber, ja, in Zukunft kann das ja immer wieder klappen. Und ich würde euch natürlich in Hamburg auch gerne besuchen. Ja, total gerne. Also jetzt ist das gerade ein Ticket. Ich habe es ein bisschen schwierig mit Reisen, wenn Busse und so voll sind. Aber es kann ja durchaus, ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch unterwegs seid. Ihr seid ja jetzt hier auf der Ecke unterwegs. Jetzt hier in der Nähe Nordstrand habe ich heute gehört. Ich weiß ja nicht, wie die Reise da noch weitergeht. Aber wenn ihr dann irgendwann da seid, vielleicht sollten wir wirklich diese, ich habe diesen Monat habe ich ein Ticket mir gegönnt. Und das könnte ich durchaus als erste Herausforderung mir annehmen, zu euch zu kommen. Ja, voll gern. Verabredung? Ja, voll gern. Auf jeden Fall. Alles klar. Damit trete ich mir auch ein bisschen hinter, um das durchzuziehen. Gestern bin ich mal Bus gefahren, das war brechend voll. Das war schon eine Herausforderung, aber das geht schon. Das war ein Schulbus. Ja, Bahn. Ja, wunderbar. Das machen wir so. Richtig schön. Wir finden mir jetzt einen Punkt. Ich würde sagen, das letzte Wort richtig an euch da draußen, an die Zuseher. Ich versuche das Zuschauerwort zu vermeiden. Ich finde Zuseher viel schöner, weil es ist ja kein Schauspiel von uns. So, also Zuseher. Schön, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich glaube, da lag eine Menge drin in diesem Gespräch. Und ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr die zwei auch wieder in einem Video von mir sehen wollt. Vielleicht wird das beim nächsten Mal auch was Aktives. Vielleicht helfe ich euch da in Hamburg bei irgendwas, was ihr gerade machen wollt. Oder wie eine nette Gesprächsrunde, wie auch immer. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr sowas sehen wollt. Und ja, ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss aus dieser Runde. Ja, und wir sind weg. Tschüss. Ich habe noch was vergessen zu sagen. Und zwar schaut doch bitte auf deren Kanal vorbei. Übersiegwerkstatt, ihr habt es schon gehört in dem Video. Das werde ich einmal nochmal unter dem Video verlinken. Ansonsten findet ihr das auch schon oben rechts. Das habt ihr am Anfang des Videos mal eingebaut. Also da mal reinschauen. Da könnt ihr stöbern. Die haben viele, viele tolle Videos. Kann ich nur weiterempfehlen. So, jetzt sind wir aber raus. Und weg. Ja, es läuft. Es läuft. Was ist los? Jetzt bin ich leer im Kopf. Was wollten wir denn? Ich muss mich kurz ehren. Ja. Ich komme gleich wieder. Noch mal was kriegen. Wollt ihr noch was kriegen? Nee, danke. Danke. Ich glaube das ist eine Videofalle von Lars. Das ist ein gutes Intro für uns. Nee, Kohlensäure kommt glaube ich nicht. Jetzt sind wir auf uns gestellt und ein bisschen Intro drehen. Weißt du? Und das kommt dann alles einfach so ins Video. Also unbeschiebt. Mhm. 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 Ja.